So spielt er satt. Herr Brosator. Jetzt geh hinter den Tresen. Sie sind in meinem Sicherheitsbereich jetzt. Hast du grad geka... JAL! DU PINNER DALU! Da muss er Sepp sein. Du PINNER! Nein, Dalu ist innocent! Alter, der stand... AFK gegen der Wand! Ich dachte so, was ist das denn jetzt? Ich hab ihn erwischt! Und dann ist der innocent! Leck mich doch am Arsch! Dann sind's Sepp und Pete. Ach, Christian! Niffen die zwei Seiten, ey! Du bist richtig gerade schön am Kaufen, stehst AFK mit dem Kopf gegen die Wand. Als ich dich gesehen habe, bin ich einfach stehen geblieben und wollte gucken, was du machst. Na, was macht so ein Arsch! Das war natürlich... Natürlich schieß ich viel über Hekt nicht ab. Wigster Dalu ist.